1 1 1 1 1 1 Wir spielen heute eine kleine Runde Minecraft Mörder auf Hypixel Am Ende werde ich wahrscheinlich noch was reinschneiden oder das mache ich in einen Livestream auf Youtube, das ich auch später hochlade, wo ich noch so ein bisschen über meinen Kanal rede. Das Problem ich habe im Moment etwas wenig Zeit und deswegen probiere ich jetzt mal ab und zu vielleicht paar kleine Folgen Mörder hochzuladen Nebenswürde nicht übel, wenn die Kanalvorstellung erst später kommt nur ich habe in der Schule gerade sehr viel zu tun. Wir spielen heute zusammen mit dem Unwichtig TV Play Ich bin mal drauf gespannt Ich sag nur, es wird wahrscheinlich sehr witzig werden und nun viel Spaß mit dem Video wir sammeln hier schon fleißig Gold und hoffen, dass wir jetzt nicht gleich von einem der beiden Wörderer umgebracht werden Hahahaha Oh Unwichtig Musste das sein Hahahaha Ist das dein Sch** Ja Wie lange bist du schon hinterher gelaufen? Die ganze Zeit Ich habe nur gewartet bis du sagst und jetzt das war nicht jemanden, weil das war nämlich der Erste und dann hab ich gedacht, dass du das so weit bist der Erste ist Ich bin die ganze Zeit in der DDR gelaufen und hab einfach nur so gesagt oh, das war nicht jemanden, weil das war nämlich der Erste und dann hab ich gedacht, dass du das so weit bist der Erste ist Ah, das war echt... Ja Auch noch aufs Wort Komm, kill Wann ist der Detective, Herr Herr? Ne, habe ich auch gemacht Ja Ja Uh, da wird das schon fleißig besoffen Ich hoffe ja, die gewinnen nicht Das fragst du offensichtlich Ich weiß, ich hab's gesehen, aber die können's locker, ich kann's locker mit denen aufnehmen Kommen wir auf dein Sch**srecht mit dir, ne? Ich kann auch locker mit dir aufnehmen Ich sag nur, nur einen Restblick, da kannst du den Sch**t werfen Weiß ich auch Du kannst heute noch 8 heraus... ...Forderung... ...Erledigen Von ihm, erschossen Fuck Ach komm, ist immer nett, wir geben ihm mal einen kleinen Flutzfunger Scheiße Was'n? Ich hab ne Flasche Wasser aufgemacht und das ganze... ...Wasser ist in meine Tastatur gelaufen Ach du Scheiße Ja Ich würd' nur sagen, Dumme jetzt liegt Ah Geht noch Leuchtet auch noch Also, alles noch im grünen Bereich Wenn sie nicht mehr leuchtet und so rum komisch anfängt zu riechen, dann weiß ich, okay War doch nicht so geil Ja, lach nicht, das ist mir schon mal passiert Also... Hi Thüringen, ich bin hinter dir Wow Ich hab grad mein Schwert gekriegt Na? Hast du ein Schwert? Hast du ein Schwert? Sicher? Warte Hol deine Feder raus, los Hol deine Feder raus, los Hol deine Feder raus, los Also, ihr könnt... Kannst dir gerne an mein Video schreiben, aber... Äh... Schau'n... Ich bin nicht der Mörder Weil sonst würd' ich jetzt nicht von dir wegschwimmen Und jetzt machen wir Zusammenschnitt Wir setzen hier einen Cut Und dann geht's nach dem Cut weiter Ja, werd ich auch sagen Bis gleich Das wär dein Einsatz gewesen Nein Ich würde nur sagen, wir machen uns einfach mal schnell Nächste Runde springen Ja, genau Sag ich ja Und dann sehen wir uns nach... So Freunde, da sind wir wieder in der nächsten Runde Ja, mach ich nicht grad für seinen Kanal, denn ich glaub' der nehmt mich auf Nene Nene, ich nehm' nicht auf, ich mach' das für deinen Ich moderier' grad deinen Kanal Ich... Ich... Äh... Also Leute, wär mich ärgern will, der schickt mir ein Jump'n'Run Ja, ich schick' den Jump'n'Run Weil... Ich kann... Lass uns Timolia Ich geb' äh... Erbes zu, ich bin nicht gut in... Ja, in Jump'n'Run Und jetzt ist er Mörder, weil er gerade so still ist Nee Das war voll auffällig Ja gut, dann... So du auch so verstürzt Oh Achtung, Steve Skin! Er schreit auch noch rum, Steve Skin! Hat er jetzt etwa seinen Mörderer-Kollegen verraten? Nein, nicht mehr tot! Und du läufst ihm direkt in die Arme! Hi, na? Bist ein Mörder? Soviel zu dem Thema, ich lauf ihm in die Arme, der ist einfach inkompetent Ja, und... Hey, der ist nicht mal hinter mir! Was ist das für ein inkompetenter Vollidiot? Bei mir stand Mörderer... You are the Mörderer! Was heißt das? Was muss ich jetzt machen? Ich hab'n Schwert! Hm... Wenn ihr wollt, dass wir da mal, äh... Dass ich euch da mal ein, ähm... Video zu zeige, ich schick das dann Thüringen Ich nehm' das selber auf Dann machen wir mal Thüringen Let's Play für dieses Minecraft Noob Dann geb' ich mir einfach ein Noob-Skin Und dann machen wir, ähm... Machen wir ein Video Dann nehm' ich das auf und schick dann mein Gesicht Thüringen Dann kann er daraus schön so'n Doppelding schneiden Dann können wir gleich mal, weil... Einfach nur mal so... Mal gucken, ob er immer noch inkompetent ist, wenn ich jetzt an ihm vorbeilaufe Er hat nen Spurgen Den wirken von Runde zu Runde unsympathischer Der hier ist es, hier der Der ist die Skin Hast du nicht gesehen? Bist du gerade ernsthaft? Nein! Oh Noob! Hast du das gesehen? Ich bin hier, ich bin hier Ähm... So mit... Mit diesem, äh... Sprung... Lauf... Dingenslang Und ich hab' gehofft, dass ich drüber komme Und bin da reingefallen, weil ich grade so diesen einen Block nicht getroffen war Oh... Ja, wir machen's auch so, ne... Da hab' ich sowieso schon die Idee Wir machen's einfach so, wir machen IQ-Tests Gucken, wer schlauer ist Ich glaube nicht... Detective Ey, der Junge, der... Der ist so inkompetent Jetzt teste er doch mal seine Steuerung Ich? Nein, nein, der... Der, äh... Mörder Oh... So Scheiße Der Bo liegt hier übrigens, ne? Ach, du kannst ihn ja gar nicht aufnehmen, bist der Mörder Ich bin tot Hä? Ah! 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 Hier liegt meine Leicht, wo der Börder grad ist Ah ja, dann mach mal einen Cut und dann... Ah... Ab da... Ah, ich würd mir sagen... Wir sehen uns nach... Wir sehen uns nach dem Cut wieder Es gibt keinen Cut, wir machen einfach so Ach, gibt doch keinen Cut Uh, wir haben echt geile Chancen, Leute, hier Schöne 5% Du bist der Mörder Du bist der Mörder Ja, fand ich auch Willst du auch aufnehmen? Nö Schade Vielleicht nämlich hab ich das ja auch aufgenommen Ja Kurz so ne 20 Sekunden Frequenz, wie ich dir hinterherlaufe oder 2 Minuten Sequenz, einfach wie ich dir hinterherlaufe und die ganze Zeit du checkst es nicht und dann wenn du fertig mit deiner Anmob bist Ja Schnell schlecht dich weg Vielleicht hast du dich deswegen auch nur gemütet Ich war gemütet, tatsächlich ja So ein Wald mit blonden Haaren ist es Ok, wo bist denn du? Unten an dem Ding, ich laufe hinterher, aber sie checkt es nicht Oh, zeig sie mir dann mal Da, die kommt jetzt, fährt jetzt hoch Mit so blau hart so, so, da oben Siehst du die da, da, da Die ist es Hast du nen Bogen? Ja, hab ich, deswegen geh vor euch, dass du Kanonfutter bist Nein, warte, wo ist die? Ist die wieder runtergefahren? Da kommt sie, da kommt sie Da kommt sie Da, da Boah Das war sooo klar, ne Da ist jetzt gerade kurz gelacht, damit ich das nicht höre One of the murderers was killed, ah ja Ich bin tot, ne, weil mein Vater hat mich grad abgedeckt, aber Ich würd sagen, das war's mit der Runde wieder Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn Unwichtig sein vielleicht auch aufnimmt und wir das zusammensteigen können Bis dann, ciao, ciao